Hi, ich bin Laura und Geschäftsführerin bei Knappmann. Hi, ich bin Marius, Bauleiter und Ausbilder. Für uns ist das Thema Ausbildung sehr wichtig, deswegen bieten wir unseren Azubis eine umfangreiche und gut strukturierte Ausbildung an. Zurzeit arbeiten elf Azubis bei uns und ich bin Ansprechpartner für das Thema Ausbildung. Musik 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 Dann packst du die immer so einen kleinen Schlagern jetzt, ne? Oh, komm mal an, das ist ja. Hey! Mir macht am meisten das Pflastern Spaß oder der Umgang mit den Maschinen. Im Neubau habe ich den meisten Spaß. Die Begrünung ist zwar auch ganz cool, aber der Neubau macht mehr Spaß. Erstens, weil du viel mehr Aufgaben hast und halt immer andere Sachen dabei sind. Und Randsteine setzen, Kantensteine, Schotterplanung, Kanalbau, Schächte setzen. Das ist halt einfach mega geil. Ich arbeite gerne bei Knappmal, weil Knappmal große Projekte hat und keine kleinen Sachen wie im Garten oder sonstiges. Und dank der Maschinen uns auch viele Aufgaben mal ein bisschen entspart bleiben. Das Arbeiten im Team macht mir hier mega viel Spaß. Vor allem, weil man mit jedem Mitarbeiter gut klarkommt, es gibt keine großen Probleme an sich. Und wenn, dann wird man sofort darauf angesprochen. Ich finde an der Ausbildung einfach halt das mit den Großprojekten gut. Und vor allem, dass man als Azubi nicht mal so, der Azubi gesehen wird, der macht die Drecksarbeit. Sondern man wird so mit eingeschlossen. Und nicht, du machst jetzt das, weil wir darauf keine Lust haben. Also man wird schon, man bekommt schon das Gefühl, dass du Teil der Baustelle bist. Dass du auch was dazu beiträgst. Das finde ich am allerbesten. Das ist der Kollege, der Probe. Ja, danke. Also ich bin gerne bei Knappmann, weil das ein gutes Team ist und sehr viel Spaß hier macht. Am meisten Spaß machen mir Baumpflanzen und Rohdruckarbeiten. Am liebsten fahre ich Radladen. Das macht am meisten Spaß. Jetzt stehen sie da ganz freundlich. Ich habe immer ganz viel Spaß auf der Ausbildung. Weil die Arbeit hier Spaß macht. Es ist abwechslungsreich. Man lernt tatsächlich viel kennen. Dadurch, dass wir so große Baustellen haben, man kommt viel rum. Und dadurch sieht man auch dann, sagen wir mal, sehr viel so von, ja jetzt nicht nur von der Welt, aber zumindest von Deutschland. Und es ist auch mal ganz nett, so ein bisschen mehr zu haben, als die kleinen Nachbarorte, die man sonst so um sich herum hat. Ich würde sagen, der ist doch sehr gut. Vor allem in den Kolonnen selber ist es sehr, sagen wir mal, gemeinschaftlich. Man gehört so zusammen, das merkt man. Es ist definitiv ein Gemeinschaftsgefühl mit dabei. Und wir gehen auch gut miteinander um. Man achtet auch vor allem aufeinander. Also wenn jetzt mal irgendwie was ist, dann schaut man auch danach, dass die Leute eben zusammenbleiben und man auch einen guten Tag hat. Einfach weil man hier echt verdammt viel lernt. Vor allem was ich teilweise von anderen Azubis höre, muss ich doch sagen, hier wird einem geholfen im Endeffekt. Wenn man Fragen hat, werden die beantwortet, sehr gerne und auch ausführlich. Vor allem, wenn man auch mal was nicht so schnell kann, dann haben die Leute, habe ich bisher so kennengelernt, auch Geduld und schaffen das, einem Dinge auch wirklich beizubringen, zu erklären. Und man gibt sich hier sehr viel Mühe, einem auch was zu zeigen. Und man kann auch einfach, wenn man Interesse hat, unglaublich viel lernen, wenn man durch die ganzen verschiedenen Arbeiten, die man hier ausführt. Das war's für heute. Generell die Arbeit. Also ich arbeite gerne. Ich weiß, was ich mache. Ich sehe gerne, was ich gemacht habe auch. Und ich mag es eigentlich. Auf jeden Fall sehr gut. Wir unterstützen uns gegenseitig, auch in der Schule. Da wollen wir so gut wie möglich durchkommen. Und wenn man einmal sagt, ich bin jetzt ein bisschen schlechter, sagt der andere, nee, komm. Du packst das schon. Ich mache am liebsten gerne alles von allem. Also Neubau, Begrünung, dass ich auf jeden Fall alles mal machen darf und kann. Ja, ich arbeite bei Knappmann oder habe mit diesem Betrieb ausgesucht, weil ich in einem großen Betrieb meine Ausbildung machen wollte. Erstens aus dem Grund, weil ich hier viel mehr Möglichkeit habe, in andere Bereiche reinzuschauen. Dann ist das Tätigkeitsfeld viel, viel größer und ich habe auch die Möglichkeit, auf mehr Maschinenerfahrung zu sammeln als in einem Kleinbetrieb. Meine Lieblingstätigkeiten generell sind eigentlich eher so die Begrünung, sei es Bäume pflanzen, Bohnendecker pflanzen, Bohnen einbauen, Raseneinsaaten. Das sind eher so meine Tätigkeiten, die ich gerne mache. Willst du mehr über das Arbeiten bei Knappmann erfahren? Dann schau doch einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Instagram, Facebook oder YouTube vorbei. Wenn du jetzt Lust hast, bei uns eine Ausbildung im Landschaftsbau zu machen, dann bewirb dich jetzt bei uns. Unter bewerbung-at-knappmann.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017